Sony Interactive Entertainment presents Drawn to Death Trademark Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Und zwar Drawn to Death Ein Multiplayer-Shooter In einem sehr kuriosen, aber sehr, sehr geilen Look Ist von einem Machen von God of War Und wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt schon rede Die Ladezeiten sind leider aus der Hölle Ja, ich bin jetzt mal gespannt Wie das so ist Ziemlich schräger Stil Diesmal werde ich aber nicht empfehlen, die bei Killing Floor 2 Und sagen, ja, ich werde jede Map und sowas spielen Nein, ich werde einfach mal reinschauen Vielleicht wird es nur eine Folge, vielleicht werden es 100 Folgen Wer weiß Je nachdem, wie es mir halt eben gefällt Die Ladezeiten sind nicht bewegen, sie mag nicht bewegen, sie mag nicht breathing Ja, ich glaube, jetzt wiederholen Sie es einfach bloß. Komisches Intro hier irgendwie, deswegen legen wir jetzt mal los. Machen wir jetzt als allererstes mal das Training, Trainings Room, Shooting Galerie, hier Training Room. Fracks, geheime Gemäcke werden gezeichnet, äh Frogs, robs, nicht Fracks, obwohl Fracks eigentlich in dem Spiel auch passen würde. Gucken wir doch mal, was das kann. Na wunderbar, noch so ein Krieger. Der will, dass ich ihm beibringe, wie man kämpft und überlebt. Berauschend. Weißt du was, ich komme einfach rüber und gebe dir eine aufs Maul, Grünschnabel. Offen wir mal, dass die Eliminierung auf dem Schlachtfeld bei dir genauso porzeln, wie die Sprüche aus deinem Großmaul. Du bist ein lächerliches Großmaul. Ich weiß. Egal. Ich gab mein Wort, allen zu helfen, die Mut zum Kämpfen haben und das tue ich auch. Du wirst jetzt zum Ort unter dir reisen. Äh, unter mir? Nein, danke, Johnny Savage, ich bin satt. Wiiiiiiiiieie blätsch. hallo sony savage willkommen mein geheim gemächern daher bringen wir schnell hinter uns ja du stinkst nach den 90ern und mein obligatorisches empfindlich empfindungsvermögen ist ziemlich sensibel wenn du eine generelle abneigung gegen das lernen hast und das würde mich nicht überraschen wähle in der option anzeige den eintrag training beenden hier also tief in meinen geheimen gemächern werde ich dich in den kampfkünsten trainieren dazu habe ich dir eine gratiswaffe namens fuck you 47 gegeben es ist solide zuverlässig und ziemlich präzise und im ernst wenn ich dir sagen muss wie du mit dem ding schießt oder worauf du schießen sollst dann will ich meine verdammte zunge verschlucken ja gut also der grafische wie ich am anfang gesagt hat ziemlich geil alles irgendwie von hand gezeichnet sieht echt lustig aus wir schon bestimmt an diesem blog hier gesehen habt die kommentare und alles mögliche im spiel alles ziemlich ja pekal humor und sowas ziemlich drastischen strenger nicht drastischen streng sondern wie viel das wort also sagen wir so so du willst viele tipps überraschung und spieloptionen wirklich na dann drücke die optionstaste voll idiot weg durch erledigt so springen mit x wundervoll was ein naturtalent versuchen wir jetzt mal etwas wirklich wie das drücke für den doppelsprung x2 mal meine güte ich habe hier ein verdammtes genie boink boink was ich da gesagt habe dass du ein genie bist das war ein witz und jetzt schieß mir meine scheiß fresse halte die dreieck das gedrückt um waffen aufzuheben drücke die dreieck das um zwischen den beiden pick up waffen zu wechseln du kannst immer nur zwei pick up waffen bei dir tragen drücke die dreieck taste um zwischen beiden pick up waffen zu wechseln ja und jetzt drücke zum heran zoom l2 du heißer voll spacko drücke die dreieck taste um zwischen den beiden pick up waffen zu wechseln sprinte l3 drücke er 1 um granaten zu werfen wirft granaten in den kessel der häckse ich habe schon babys gehen die diesen sprung schaffen nur dass du das weißt ja geht doch ach verdammt du bist tot und ich bin echt traurig nicht überrascht wohlgemerkt weil ich dich für bescheuert halte aber traurig du mich auch den 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 lauf du idioten lauf sicherlich hast du die verschiedenen munitionsmagazine gesehen die überall verstreut sind um die munition zu sammeln musst du einfach drüber laufen total einfach sogar für dich und wenn du bereit nachladen bist sag einfach das wort nachladen in den lautsprecher des mikrofon deines controllers das geht ganz einfach und spart dir in deinem gefecht wertvolle sekunden versuch es mal ok bitte sagt nachladen in den lautsprecher das mikrofon deines controllers nachladen nachladen reingelegt dieses spiel hat gar keine sprach erkennung wie blöd von dir so laut zu rufen und niemand interessiert niemand hat so genau wie in deiner kindheit oder du weißt ich hab recht du unliebenswerter kleiner racker aber gut wenn du nachladen willst drücke die quadrat taste ok ziemliches arschloch schieße auf den zauberstein der hexe waffe ersetzen beim aufheben einer waffe wird die waffe der aktuellen ersetzt schießt mich mit bäaam so schießt mich mit bäaam schießt mich mit arschloch schießt mich mit chö schießt mich mit so Oh So Ah ja Okay, ziemlich krank das Spiel Klasse Kotschlag Meine Lieblingssachen auf der ganzen Welt Einige Aktionen wie Punk Salto leeren deinen Aufdauerbalken Der Balken will sich mit der Zeit wieder auf Aber Kotschlag hilft auch Also probiere es aus Der ist echt super Okay Du willst für die Blablabla Jeder Charakter verfügt über mehrere einzigartige Angriffe Um Moves die nur er beherrscht Das ist Johnny Savage's Punk Salto Damit kann er weit springen Aber er verbraucht Kotzbohle Reiche die Plattform mit Doppelsprung und Punk Salto Punk Salto X plus Blöde plus L1 Johnny kann er lüfte einen Überschlag nach vorne aus wie der keine Rückwärtssaal Auch ein Rückwärtssaal Was ist denn das? Ja, achso die andere Okay So, drücke L1 und die Linkstaste um nach links auszuweichen In die Fresse Ah, in die Fresse Ah, in die Fresse Ah, in die Fresse Ich werde wiederkommen Äh, okay Jeder Charakter verfügt über zwei einzigartige Spezialangriffe Wollen wir dann mal einen deiner Spezialangriffe üben, du Blödmann Drücke die Kreistasse um von deinen aktuellen benutzten Pick-Up-Waffe zu deinem Spezialangriff zu wechseln Sobald ein Spezialangriff ausgerüstet ist, durch drücke Feuern R2 um ihn zu aktivieren Versuch's mal Arschnase Sobald ein Spezialangriff Teufelsriff Zum Starten, Loslassen, R2 erneut drücken zum Detonieren unter Ziel Drücke R2 mit einem richtigen Timing nach der ersten Detonation für den Teufelsaufwärtshaken Also, wenn das Pentagramm erscheint, drücke erneut Feuern R2 um deinen dämonischen Kumpel herbeizurufen Du musst aber wissen, dieser eine Geist nur mit dem Teufelsriff zerstört werden kann Ach, halt doch die Fresse Die große Hand hat mir aufgetragen, die neuen Kämpfer zu trainieren Ich kann also so viel erfinden, wie ich Bock habe Zerstöre einfach den Geist mit deinem scheiß Teufelsriff-Spezialangriff Penal Demonstration Demonstration Suck the rift, you cussie twopface Special Weapon Cooldown activated I tell ya man, this is my favorite of all the popcorns It's super fun and powerful You wanna know a secret? Ehm da hinten oder was Sell this shit in the game store Great idea, right? We're the max bank, you know? And the game makers were all like Nah man, that'll all be paid to win That'll be paid for power Can't do that Baaam One of those guys I'm all nodding my head, degreeing and shit Sayin' stuff like Oh, good point, good point you guys And that's only because I need this job, right? But deep inside Man Like deep inside I'm so thinking Way to leave money on the table, you fuckin' hippies! Yeah, guys, what a dumb idea to sell something a player may actually want. Boy, that is sick of... Bam, 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 bam! I'll just keep taking the bus into work for the foreseeable future, because I sure as shit can't afford a car! Okay, guys? Yeah, no, all good! No, not a problem. That's what I'm really thinking. But I didn't say any of that. Like none of it! Fuckin' game-deb hippies! Boom! Yeah! No! BAM! What? He hit it all! Mod XYZ mashings掉! Jetzt kannst Du Deut spezielle team dłossen voll auf auf! We like all the smartphones... Nein! Nein! 획ceğiz! Du hast uffiziell existiert gewonnenem Agbaindmaujn! hosted oniktex по con � להיותermaßen altals! Lat! Geht doch! Teufelsaufwärtshaken. R2, wenn sich der Dämon erhebt, drückt im richtigen Mund erneuert R2, um den Teufelsauswärtshaken auszuführen. Aha! Komm das träne, achso. Ouh! Drrrrrrrrrrrr! Okay, eine Shotgun, sind wir hier noch? Was ist denn das? Okay... Genial! Okay, was haben wir denn hier? Das Spiel hat man ja auch schon. Das ist eine Spielekonsole! Geil! Boom! Minigun hat man ja auch schon. Die ist cool, die Waffe. Okay, wen haben wir denn hier? Schlag mich, Alter! Schlag mich, Alter! Schlag mich voll in die Fresse! 3-4-Nahkampf! Bam! Bam! Na, wie du willst. Brich mir meine scheiß Nase, Alter! Bam! Bam! Du hast es echt drauf, Alter! Bam! Hö! Da stehe ich voll drauf, Alter! Da stehe ich echt drauf! Äh, okay! Okay! Punk Kick! L1 in der Luft gedrückt halten, loslassen zum Angriff. Wenn Johnny's Punk Kick das Ziel verfehlt, kracht er zu Boden und ist anfällig für gegnerische Angriffe. BAM! Bam! So, was kommt jetzt? Hm? Komm ich nicht auf. Hm. Ah. Hoppala. All righty. Oh. Sieht etwas demoliert aus. Du willst also ein paar Trette in den Arsch? Was, Johnny Savage? Na, das passt doch wunderbar. Denn die Trette für deinen Arsch werden jetzt... Ich meine, du und deinen Arsch hier werdet... Was ich sagen will... Ach, scheiß, darauf kämpfen wir einfach, okay? Du, 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 du. Du, 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 du. Komm her, Mitsy. Ah! Du hast mein Papa umgepaart, das ist nicht nett? Jetzt, weißt du, wenn ich darüber nachdenke? Papa war schon ein Arztlöl. Und auch nach alten, schönen Schinken. Von daher danke Johnny Savage. Jetzt darf ich dich umlegen, okay? Johnny Savage, jetzt wird es Zeit, dass du deinen zweiten Spezialangriff lernst, den Headbanger. Drücke die Kreislaste zweimal, um zum Angriff zu schalten. Aktiviere den Angriff und halte einen Gegner für einige Zeit in der Zone fest. Wenn er lange genug in der Zone ist, explodiere seinen Kopf und er stirbt. Töte Johnny Savage, beweise deinen Wert, Kicher, als ob, indem du diese verdammte Babykitzchen platt machst. Töte Johnny Savage, beweise deinen Wert, Kicher, als ob, indem du diese verdammte Babykitzchen platt machst. Töte Johnny Savage, beweise deinen Wert, Kicher, als ob, indem du diese verdammte Babykitzchen platt machst. Jetzt ist es an der Zeit, dass du weitermachst und dich in einen echten Kampf stürzt. Ich bin mir sicher, dass du sofort drauf gehst, aber ich habe meinen Part erledigt und... Mal im Ernst, Sir. Alles andere ist mir ziemlich egal. Ha. Wunderbar. Hüpfe jetzt einfach auf dieses Sprungfeld und stürze dich kopfüber in eine Schlacht, wo dein Mut können und Glück gegen andere Spiele aus der ganzen Welt auf die Probe gestellt werden. Viel Glück, Johnny Savage. Idiot. Yeah. Yeah. Zeig ich ne coole Sachen. Warte mal kurz. Na, 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 na. Ja. Gut. Das war jetzt also das Training des Models, das Tutorial. Ziemlicher Sarkasmus und heftige Sprüche und so drin. Ist nicht für jedermann was. Ähm. Eltern werden gleich mal wieder sagen, oh nein, das Kind lernt auch nur Scheiße durch so ein Spiel. Liebe Eltern. Wir lernen auch so Scheiße. Wir lernen Scheiße in der Schule, wenn wir mit unseren Jungs zusammen sind. Auch da fallen öfters mal solche Sprüche. Wir lernen Scheiße. Wenn wir draußen rumspielen, wenn wir fangen spielen, lernen wir auch viele böse Ausdrücke. Wir lernen Scheiße. Wenn wir Fernseher gucken. Überall, in jedem Sender, in jeder Talkshow, überall werden böse Worte gesagt. Wir lernen Scheiße immer. Das ist nicht immer die Schuld beim Videospiel. Naja. Auf jeden Fall. Scheint jetzt erstmal sich ganz, ja, scheint ganz lustig auszusehen. Ähm. Schauen wir mal, wie es sich wirklich in Real Life dann spielen lässt. Also, wenn wir dann mal gegen echte Gegner antreten. Nicht gegen irgendwelche Katzen. Ähm. Ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, let's play. Drawn to Death. Fuck, Alter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein, ihr Säcke. Ciao.